Heute ist der Tag der Quelle für mich. Welcher Fluss, welcher Businessfluss, welcher Lebensfluss könnte fließen, wenn es keine Quelle gäbe? Und weitere Zuflüsse, die auch jeweils eine Quelle haben. Und jede Quelle hat seine Eigenarten, hat seine eigenen Qualitäten. Wie sieht deine Quelle aus? Wie ist deine Quelle für deine Angebote, für dein, ja, wenn du angestellt bist, für dein Leben in deiner Position? Was für Fähigkeiten, was für grandiose Können, ja, aber auch Potenziale bringst du rein? Was schenkst du den Menschen? Jetzt nicht im Sinne, ich verschenke etwas, statt zu verkaufen, sondern im Sinne von Herz zu Herz. Und wie fließt deine Quelle in deinen Fluss? Ist es wie bei so vielen Flüssen vom Berg herunter und dann als Sturzbach oder als sanftes kleines Bächlein am Anfang? Oder kommt es aus dem Morastigen eher, aus dem Flachen? Ist es vielleicht sogar eine von Menschen eingefasste Quelle? Eine Quelle, bei der man sich erfrischen kann? Wo man sich vielleicht sogar in einem eingefassten Becken hineinlegen kann und sich richtig, richtig aufladen kann mit Energie, Kraft und Freude? Ja, Tag der Quelle für den Zufluss in den Business-Fluss. Tag der Quelle als Anziehungskraft und Schaffenskraft auf dem Weg zu deinen Kunden. Wie geht es dir damit? Ich freue mich auf einen Austausch und bleibe für heute deine Anke Schubert Hinrichs.